Wir haben uns mal auf der Boot umgeschaut, auf der aktuellen Messe Boot 2011. Welche Neuerungen, welche technischen Fortschritte es da gibt. Schön sehen sie aus, die Schiffsneuheiten auf der Boot. Doch das Wichtigste sucht man bei diesen Luxusjachten noch vergeblich. Rettungsringe und Co. Dabei sollte man sich gerade hierüber Gedanken machen. Die Problematik ist die, dass wenn eine Person über Bord gefallen ist, verletzt ist oder zudem noch ohnmächtig ist, dass es nahezu unmöglich ist, mit eigener Handkraft die Person wieder an Bord zu bekommen. Dieses neue Rettungsgerät soll das Problem beheben. Mit wenigen Handgriffen kann es jeder an der Reling anbringen. In weniger als zwei Minuten kann man so den anderen aus dem Wasser ziehen. Das Gerät funktioniert dabei wie ein Seilzug. Darum macht es auch nichts aus, wenn der andere erheblich schwerer ist als man selber. Jede Frau kann eine Person ohne Probleme mit ihrem eigenen Körpergewicht bergen oder retten.